Hallo? Schon hier? Bum 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 Vorweg, was hatte ich denn vorweg? Ja, will ich den Sie machen hier? Ach, oh! Ultraschall Ich hatte ein Risotto Das war viel, für eine Vorspeise sehr viel, aber ich beklag mich nicht darüber, im Gegenteil Das ist ein bisschen Fisch Das ist ein bisschen Fisch So wie heißt meine Brüder? Brüder, Kaputu Tomcabo Tomcabo mit Strathiatau Frische Brüder, Frische Brüder Das ist echte Brüder So Calo So Calo? Ja, wir sind mal wieder in Zucalo Kat Zucalo, die zweite Ja, stimmt aber nicht Glaube ich das dritte Mal, dass wir hier sind Die zweite Merhaba, ich bin Cengiz Cengiz, heute zu Calo gekommen Bist du bereit? Ich bin bereit Läuft Gut, okay Also wir heute in Zucalo Ein bisschen schnallige Sachen zu Calo Es war gut Es ist immer gut Wirklich Wenn man sich auf etwas verlassen kann Dann darauf, dass das Essen wirklich gut ist Ich bin wieder positiv Ich bin nicht überrascht, weil ich kannte, ich wusste, ich wollte, ich meinte, ich glaube, wie immer eine Bank Sehr gut, sehr schönes Ambiente Mein Essen war vorher Mein Essen war vorher Ich hatte ein So Calo Teller, ich weiß nicht mehr wie der hieß So Calo Variation Das ist gut Rindersteak Schweinefilet Und Huhn Hagen Hühnchen Hühnerfilet Und das war Also sowas von zart Ich kann mich wirklich nicht daran erinnern, weil ich schon mal so zart ist Und natürlich schminkendes Fleisch gegessen habe Das war wirklich ganz, ganz toll Nee, das war so, wie ich es mir gedacht habe Also alles in Ordnung, alles gut, alles lecker, alles wunderbar Und ich werde auch ein drittes Mal hierherkommen So empfehlenswert Die Länder Egal was ich hier esse, es ist immer wirklich spitzen Qualität Ich hatte eine Vorspeise, eine Rote Bete Carpaccio Mit gratinierten Ziegenkäse, sehr lecker, kann ich nur empfehlen Und als Hauptgang hatte ich Zuccalo Variation vom Fleisch Rind, Geflügel, ein Schwein War auch super abgestimmt Und es war auch sehr lecker Einfach nur Tau Danke Das tut es nach mir auch, ne? Danach hatte ich eine Mousse au Chocolat In der Hausgemachte Hätte ich noch viel mehr von essen können Mir gefällt es hier gut Die Bedienung ist sehr nett Wirklich sehr nett Ich komme hier gerne her Weil ich kriege ja auch immer gutes Essen Dass die Bedienung nett ist, wurde schon gesagt Dass der Laden gemütlich ist, sage ich jetzt Und ja, es ist angenehm hier Nicht nur das Essen, sondern die ganze Atmosphäre Ich gehe hier heute richtig gut gesättigt nach Hause Fühle mich wohl, obwohl ich mich gar nicht so voll gefressen fühle Ich liebe Zuccal Dankeschön Moment Beide kaum Klasse Selbst wenn mein Beitrag hier etwas langweilig ist Mach nichts Ich finde es einfach gut hier Tschüss Leute Ja, das ist sie Bye-bye Ach sie Machst du Film? Machst du Film? Bist du Filmemacher? Bist du Filmemacher? Bist du Filmemacher? Ja, du bist der Filmemacher Ja, so bist du aus, Karin Genau Oh, hör doch so Was hast du denn gemacht? Mein Sohn Der haut nicht so schön Den ist so Wieso haut er nicht so schön? Wieso beißt nicht dein Hut? Mein Hut beißt mir nicht den Nenken Alright Ah Der dreite mich direkt zur Presse Oh, oh Allesler gut